Ja, willkommen zum Teil 4, Aktien für Anfänge, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und jetzt geht es vor allen Dingen um die Bewertung von Aktien, weil die Frage ist ja immer, ist es günstig, was ich kaufe, oder ist es nicht günstig, was ich kaufe? Ich habe jetzt hier mal wieder die Software AG mitgebracht und dann haben wir auf jeden Fall Gewinn pro Aktie. Und das sind einfach jetzt so Daten aus der OnVista. Da sieht man das, was vergangenheitsbezogen ist, das kann man halt schon sagen. Ja, 2,15 wahrscheinlich auch erwartet, 2,13 Euro, da muss man natürlich jetzt immer auf den Geschäftsabschluss warten, auf die Bilanz, die kommt Ende Februar. Und hier sehe ich, okay, 1,90, 1,60, 1,39, das war so Gewinn pro Aktie. Und dann habe ich das Kursgewinnverhältnis und das sagt einfach aus, die liegt ja jetzt etwa bei 28 Euro, der Kurs. Und das Kursgewinnverhältnis sagt aus, Gewinn pro Aktie zum Aktienkurs. Und jetzt sind wir ja bei 28 Euro, da kann man jetzt ungefähr rechnen, mal 2,13 ist ungefähr dann Kursgewinnverhältnis von 12,39. Wie gesagt, in Krisenzeiten war das Gewinnverhältnis noch höher, wenn die Unternehmen das schaffen, den Umsatz konstant zu halten. Und zum Beispiel ist es wie die Finanzkrise 2009, die Griechenlandkrise 2011, wo einfach alle Investoren ihr Geld abziehen und die Kurse purzeln. Dann hat man noch Chance, dann bei so einem stabilen Unternehmen wirklich gute Schnäppchen zu machen. Und da kann man schon mal Kursgewinnverhältnisse von 8 bis 9 antreffen. Das ist auch je nach Branche unterschiedlich. Zum Beispiel haben Versicherer oder Banken, weil sie ein höheres Risiko haben, auch ein besseres Kursgewinnverhältnis. So, jetzt sieht man, wie sich da das Gewinnwachstum, wie das sich verändert hat. Und das war immer negativ gewesen. Und das ist natürlich, muss man sich das natürlich schon angucken. Und jetzt hat sozusagen hier die Software AG die Trendwende hinbekommen. Das hat sich ja natürlich auch in diesem Kurssprung, den einen, den es dort gegeben hat, den ich im anderen Tutorial erklärt habe, zeichnet das natürlich auch ab. Die Dividendenrendite netto, das sind hier 50 Cent gewesen. Und hier sieht man zum Beispiel, die haben einen Gewinn von 1,39, die Aktie gemacht, haben aber nur 50 Cent Dividende ausgeschüttet. Und den Rest haben sie einfach einbehalten, um in zukünftige Projekte zu investieren oder eigene Aktien zurückzukaufen. Und deswegen, viele Leute gucken sich die Dividendenrendite an, obwohl die gar nicht so interessant ist. Eigentlich ist die Frage, wie viel Gewinn pro Aktie macht das Unternehmen. Weil wenn jetzt auch immer viel Gewinn zurückgestellt wird, dann erhöht sich automatisch ja auch meinen Kurs. Umsatz und so weiter, das habe ich ja schon gesagt. Das Kurs-Buchwelt-Verhältnis, das muss man sich auch nochmal anschauen. Also alle Buchwerte, also alle Anschaffungswerte des Unternehmens zum aktuellen Kurs, ist der Kurs halt mal 1,73. Das heißt, das Unternehmen wird über seinen Buchwert gehandelt. Ist ja auch klar, wenn da stille Reserven oder andere Dinge drin sind, ist das ja auch komplett gerechtfertigt. Man muss bloß immer gucken, wenn das Spread hier zu hoch wird, woran das liegt. Oder manche Unternehmen werden auch unter ihrem Buchwert gehandelt. Ich glaube, bei der Commerzbank ist das aktuell der Fall. Genau, Bilanzsumme sollte man sich noch anschauen. Eine Kapitalquote, wie hat sich die verändert? Die ist immer positiver geworden. Also auch der Verschuldungsgrad hat abgenommen. Nach welchen Bilanzierungsmethoden wurde bilanziert? Es gibt einen internationalen Rechnungslegungsstandard nach IFRS. Man hätte ja jetzt auch nach Handelsgesetzbuch bilanzieren können, aber internationale Konzerne oder Unternehmen in der deutschen Börse müssen nach IFRS bilanzieren. EBIT, das heißt Earning Before Interest and Taxes. Das ist nochmal ganz wichtig, die EBIT-Marge. Also bevor Zinsen und Steuern abgehen. Und die hat sich immer positiv verändert. Genau, Gesamtkapitalrendite ist nicht so wichtig wie die Einkapitalrendite. Die liegt jetzt hier bei 10%. Umso rentabler das Unternehmen wird, umso höher wird die natürlich auch. Jetzt sehen wir uns mal Tesla an. Wir hatten uns jetzt die Software AG mal angeschaut als einen Substanztitel, den es schon lange gibt. Der konstante Dividende hat ein Unternehmen, was sehr lange investiert. Ich sag mal, der Gründer Elon Musk hat ja Tesla 2003, 2004 gegründet. Da wurde dann 2007 auf der Detroit Autoshow ausgelacht, Elektroautos. Und heute ist es ja schon ein richtiger Hype. Und hier sehen wir zum Beispiel Gewinn pro Aktie negativ. Also das hat sich komplett, es ist negativ. Und dreht sich hier aber extrem positiv für 2018. Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht man natürlich jetzt 96,25. Gewinnwachstum, wie das hier ansteigt. Und Dividende gibt es gar nicht. Dividenden-Rendite dementsprechend auch nichts. Und das muss man sich mal anschauen, dass trotzdem diese Aktie komplett abgegangen ist. Und hier sieht man auch warum, weil wenn man sich mal die Bilanzsumme allein anschaut, die hat sich hier verachtfacht. Ein Kapitalquote ist immer gleich geblieben, aber da sieht man auch, dass sich das da auch weiter positiv verändert. Und alles im negativen Bereich. Und jetzt guckt man sich mal den Aktienkurs von Tesla an. Obwohl das alles so negativ aussieht, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 92, keine Dividende und so weiter, geht dieses Unternehmen komplett ab. Und wenn ich mir das mal anschaue, da hat sich der Kurs von Mai 2013 bis September 2014 fast versechsfacht. Und das liegt natürlich daran, dass es ein frisches Unternehmen ist, dass es ein Technologietitel ist und daher wird das eingepreist, dass es später monetarisiert. Und erfolgreich wird. Und deswegen kann man das nicht immer, deswegen wollte ich sagen, man muss das Kurs-Gewinn-Verhältnis und andere Dinge auch immer ins Verhältnis setzen zu dem Unternehmen. Wenn ich hier zum Beispiel ein starkes Technologieunternehmen habe, kann ich nicht unbedingt mir diese Verhältnisse zugrunde legen. Wobei sich hier eine Daimler, eine Standardaktie mit einer höheren Dividendenrendite, hier komplett normal entwickelt hat. Aber auf so einen Titel wie Tesla spekuliere ich eher, mit steigenden Aktienkursen habe ich natürlich nicht diese permanenten Rückflüsse mit den Dividenden. Okay, das war es dazu. Dann geht es gleich weiter mit Teil 5. Darauf freue ich mich. Vielen Dank. Vielen Dank.